Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 5. Oktober 2021. Riesen Istanbul ist der einzige Burgerladen auf Istanbul. Das neueste Angebot auf der Speisekarte soll Gerüchten zufolge ein ziemlich schlechter Hamburger sein. Dieser Burger der wässrigen Tapas, seit letztem Monat im Angebot. Ist ein ganz neues Produkt, er enthält eine Spezialität von Istanbul, frische Tapas. Die Besitzer von Riesen Istanbul sagten unter Tränen, wir wissen, dass er nicht gut schmeckt, aber probiert ihn doch wenigstens, damit ihr ein Gesprächsthema habt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Schockierend. Etwas Verrückteres als das kriege ich ganz bestimmt hin. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Dominion. Der 5. Oktober war das denn Bedatung dieser Mi-Nachrichten.